heute zeige ich dir den ersten schritt von meiner chameleon choreographie chameleon ist ein song von herbie hancock und ich habe dazu ein projekt gemacht zusammen mit meinem großartigen tänzerinnen vom footprints tap dance studio in hamburg ich verlinke dir das video dazu noch mal unten in der beschreibung heißt es nicht schon gesehen hast und ihr denkt das würde ich auch so gerne können heute hast du die gelegenheit dazu zumindest das erste thema zu lernen dieser schritt den wir jetzt gleich lernen ist das erste thema und das kommt am anfang vor und wird am ende noch mal wiederholt du kannst dir da noch mal ganz genau anhören wie es zur musik zusammen geht aber jetzt machen wir erst mal trocken und ohne musik und ganz langsam natürlich dürfte elsa auch in chameleon film mitspielen das ist doch klar und wenn dir das gefällt dann drückt doch bitte like und abonniere unseren kanal denn von elsa kann man doch nie genug kriegen und ich hoffe vom steppen auch nicht vielleicht möchtest du ja ein paar song tipps haben mit denen du super üben kannst dann abonniere doch mein newsletter da bekommst du nämlich ein kostenloses pdf mit den perfekten über songs gut wir starten ganz simpel mit 4 chucks eins zwei drei vier dann brach step hier dick brach hier eins zwei drei und vier und eins zwei drei dann machen wir steppen und drei vier und eins zwei drei vier eins zwei drei vier eins dann machen wir steppen das heißt wir hängen die einfach dahinter und vier und eins zwei drei vier eins zwei zwei auf zwei landest du mit dem letzten hier eins zwei drei vier eins zwei drei vier eins zwei zwei dann machst du eigentlich genau das gleiche auf der anderen seite also genau dasselbe also genau dasselbe es nur im takt verschoben noch mal zwei drei vier eins zwei zwei drei vier eins zwei jetzt machen wir noch mal von vorne und hängen das zusammen eins zwei drei vier 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 vier eins zwei drei vier eins zwei drei vier vier eins zwei drei vier vier eins zwei drei vier 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 eins zwei drei vier 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 eins zwei drei vier 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 eins zwei drei vier 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 eins zwei drei vier 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 Good. Letztes Mal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Genau. Jetzt geht es anders weiter und wir machen Step. Heel, heel. Toe, toe. Heel, heel. Dick Brush. Heel, tap. Heel, heel. Toe, toe. Heel, heel. Genau. Hängen wir das mal dahinter, damit du in diesen Groove reinkommst, in diesen Chameleon-Groove. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Versuch so gut wie möglich in diese Melodie und in den Groove reinzukommen. Dafür musst du es ein paar Mal machen und am besten mit mir zusammen, damit du dich dran gewünscht. Das machen wir jetzt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gut. So, jetzt machen wir den Übergang, damit wir wieder in den selben Schritt reinkommen. Und zwar machen wir Step und Press Cramp Roll. Baba-da-dum. Dick Brush. Heel, toe. Heel. Shuffle. Step. Bam, 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 bam. Und dann sind wir wieder im Anfang drin. Nochmal. Also, das heißt, wir haben Step und Press Cramp Roll. Baba-da-dum. Dick Brush. Heel. Toe. Heel. Shuffle. Step. Heel. Chuck. 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 Jetzt sind wir wieder bei der 1, kommen wir wieder raus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Gut, wir setzen alles zusammen. Noch mal, gleich noch mal. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 noch mal zweimal achtung machen ich kenne mit 1 2 4 gut gibt das vielleicht lässt du dir gleich die chameleon version von herbie hancock runter und probierst es dazu aus noch mal 1 2 so jetzt lädst du dir am besten gleich sofort herbie hancock's chameleon runter und machst es dazu und ich hoffe du hast genauso spaß dabei wie wir das hatten und